Ich möchte nur ganz kurz noch auf die Anmerkungen des Ministerpräsidenten eingehen, was die Einführung der Buchhaltungssoftware angeht. Ich glaube, Sie verwechseln da zwei Dinge. Das eine ist die Vorgabe der EU, dass die Gemeinden diese Normen einhalten müssen und sich, was die Buchhaltung anbetrifft, umstellen müssen. Das ist eine Geschichte. Die Frage, welche Software genutzt wird und wie sie genutzt wird, das ist eine ganz andere Geschichte und da gibt es keine Vorgaben seitens der EU. Das müssen wir voneinander unterscheiden und darin liegt das eigentliche Problem, in der Software so wie sie ausgewählt worden ist, beziehungsweise wie sie jetzt umgesetzt worden ist. Ich habe ja dann begrüßt, dass Sie letztendlich Einsicht gezeigt haben und letztendlich dann die Einführung herausgeschoben haben auf 2029. Ich denke, dass es dann zumindest so sein müsste, dass das auch für alle im Gemeinderat auch verständlich sein wird. Danke Ihnen.